Also das könnte ein Rezept sein. Ja, genau das habe ich gemeint. Ja, und da haben wir das erste Brake. Das war wunderschön gemacht. Ein toller Lock von ... Schön gespielt von ... Zunächst mal Nein. ... ... Großartig gemacht, dieser Smash! Und den US Open habe ich mit zwei ganz große Wünsche erfüllt. Es reicht hier noch nicht, noch lange nicht für das Demonstrieren. Spiele in erster Satz, NRM 6 zu 3. ... Keine Antwort von Anastasia. Um Parodie bieten zu können. ... 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 Das ist aber wieder gut. Und jetzt wird es richtig lustig in Leipzig. Ballwechsel. 15 Leute. Vielen Dank. Großartig gemacht und diesmal das Erfolgserlebnis für... Wie genau mit... So schnell geht's. Und das lässt sie sich nicht nehmen. Der zweite Satz geht an die... Von Anastasia Mischkina. Und die Frage ist natürlich auch, wie kommt Justine Norden damit zurecht, hier überhaupt einen Satz abgegeben zu haben. Sie hat ja all ihre Spiele 3 an der... Sie zeigt Nerven. Und kriegt sie durch solche Wolle immer noch ein unglaublich spannendes Match. So präzise ermöglicht immer wieder Vorteile für Anastasia Mischkina. Spiel. Das geht an. Das ist ein Problem. 30 Beide. Ohlala. Wir hatten 2,3 Szenen. Da hat sie die Welle nicht übers Netz bekommen. Jetzt aber holt sie die wichtigen... 3,3 Szenen. 30 Beide. Und die Wursmöglichkeit. Abgewählt. Spiel. Kommt nicht mehr so souverän. Nicht mehr so präzise. Aber da haben wir den analen. Wir kämpfen nahezu verzweifelt. 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 Wir kämpfen nahezu verzweifelt.